hallo leute heute ist samstag und das ist die zeit diese signalanlage aufzustellen heute werde ich auto reparieren lassen und jetzt fahre ich in die werkstatt bis bald tschüss hallo leute ich habe mein auto in der werkstatt gelassen dort werden ja dort werden die leute sie reparieren es reparieren und jetzt gehe ich zum fuß nach hause es muss ein bisschen zeit dauern und dann dann kann ich mein auto wieder haben ja das wetter ist gut so nicht warm und ich gehe zu fuß bisschen windig himmel ist blau die sonne scheint und ich gehe zu fuß hallo leute wie geht's meine mein auto ist schon repariert jetzt habe ich eine neue signal anlage alarm anlage das ist ein fernbedienung wurde das pult ja mit dem pult kann ich auto verwalten starten gibt es ein auto start und öffnen und schließen auto das so sieht es aus so sieht das pult aus und jetzt probiere ich auto start an machen ja ich sitze so weit von auto ich probiere es draußen machen und zeige ihnen ein bisschen später tschüss hier steht hier steht hier steht mein auto und jetzt probiere ich starten zeigt uns naja wird sich so funktioniert es so funktioniert es geht startet geht startet So, bis bald, Leute, tschüss. Bis bald, Leute. 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 Bis bald, Leute.